Es steht ein Kiosk an der Autobahn, da hält jeder Trucker gerne mal an. Bei Oma Hildegard, Rastplatz Kaltenborn, da wird man verwöhnt, kommt raus wie neu geboren. Rau, aber herzlich geht's bei ihr zu, der Gast ist ihr König, sie kommt kaum zurück. Und jedes Jahr zum Muttertag gibt's nen Stau auf der Bahn, weil jeder sie mag. Wer die Oma nicht kennt, hat die Zeit echt verpennt und er hat garantiert was versäumt. Wer die Oma gut kennt und die Ausfahrt verpennt, nur der weiß, was er da versäumt. Da kam mal so'n Fatzke, der spielte sich auf. Wurrt fies ohne Grund, Oma nahm das in Kauf. Doch einen Trucker, den packte die Pfut. Wer Oma beleidigt, dem kommt das nicht gut. Wer die Oma nicht kennt, hat die Zeit echt verpennt und er hat garantiert was versäumt. Wer die Oma gut kennt und die Ausfahrt verpennt, nur der weiß, was er da versäumt. Wer die Oma nicht kennt und die Ausfahrt verpennt, nur der weiß, was er da versäumt. Wer die Oma nicht kennt und die Ausfahrt verpennt, nur der weiß, was er da versäumt. Wer die Oma nicht kennt und die Ausfahrt verpennt, nur der weiß, was er da versäumt. Wer die Oma nicht kennt und die Ausfahrt verpennt, nur der weiß, was er da versäumt. Wer die Oma nicht kennt und die Ausfahrt verpennt, nur der weiß, was er da versäumt. Vielen Dank.